Nachdem es heute in den Medien wieder gehört hat, dass sehr viele Pflanzen mit Insektiziden, Pestiziden belastet sind, wollten wir einmal dazu sagen, wir machen unsere Schädlingsbekämpfung rein auf biologisch-ökologischer Basis mit Schlupfwespen, Flurfliegenlaufen und so weiter und halten Schlupfwespen dran. Schlupfwespen ist gegen die Blattlaus vor allem und die werden jetzt da auslassen im Folienhaus, das heißt, einfach den Schädlingsdruck dementsprechend dezimieren, das sind sehr kleine Schlupfwespen, einmal seht ihr, dass sie da so drin sitzen und jeder dieser Schlupfwespen legt dann in ein Blattlaus ein Ei rein und dann vermehren sie die wieder und so halten wir unseren Schädlingsdruck sehr niedrig. Schlupfwespen